Rangierarbeiten in Wittichenau. Morgen letzte Show der Sachsen-Sendet-Selbst-Tour. Hier geht's eng zu. Wir versuchen gerade auf dem Marktplatz in Wittichenau ein schönes Plätzchen zu finden. Wir haben auch eins gefunden, aber man muss halt noch rein rangieren. Aber Mario gibt alles. Hochkonzentriert werden die 16 Tonnen Sendetechnik eingepasst. Hier wird's eng, aber das ist halt das Geschäft. Solange das Handy dazwischen passt, ist eigentlich alles gut. Mario hat die Sache im Überblick. Morgen nochmal die Sachsen-Sendet-Selbst-Tour aus Wittichenau. Schade, schon vorbei, wa?